Willkommen in der Welt der köstlichen Speisen für jeden. Heute ich sage Ihnen die Wintertomaten- und Pfefferlager-Methode. Es gibt Schlüsselpunkte mit der Spitze. Ich werde mein Rezept sofort vorbereiten, indem Sie bitten, mein Video bis zum Ende zu sehen. Wie Sie in meinem Rezept sehen können, bereite ich 4 kg Tomaten 2 kg Pfeffer-Rezept. Sie können Miktar erhöhen und reduzieren. Nachdem ich Tomaten und Paprika sehr gut gewaschen habe, beginne ich sofort mit dem Prozess, meine Tomaten zu hacken. Wir kümmern uns darum, Tomaten im Voraus zu waschen und zu deprimieren. Deren wird für uns gut sein, dass es nicht mehr Wasser gibt, um im Gefrierschrank zu speichern. Ich benutze ein Glas Tomaten, wie ich sehe. Sie können die Sorten von Tomaten verwenden, in denen sie sind. Aber ich empfehle, diese Tomaten zu verwenden. Wenn sie den Tiefkühler betreten, werden die Schalen selbst geschält und ganz erweicht. So empfehle ich die Verwendung dieser Tomaten. Ich trenne Tomaten zu 2 und trenne den Teil in der Mitte. I geteilt 3 oder 2 gleiche Teile nach Aufnahme eines Teils. Ich werde alle Tomaten auf diese Weise essen. Ich bin sofort in Form von Runde, sobald ich es auf diese Weise erfüllt habe. Ich benutze es in allgemeinen Mahlzeiten, die ich in Form von Äppel essen werde. Ihr bevorzugt, diese abgerundeten im Kebab-Stil Gerichte zu verwenden. Sie können den Prozess des Häckselns tun, wie sie wollen, je nach Geschmack. Durch die Art, wie ich einen Teelöffel Tomaten in meine Tomaten hinzufügen. Übrigens, wenn Sie noch nicht an meinen Kanal abonniert sind und Sie können mir Unterstützung geben, indem Sie meinen Videos am Ende folgen. Vergessen wir, den Rington für schöne Rezepte voneinander zu verlassen. Ich speichern Tomaten im Schrank jedes Jahr. Kein Problem. Ich empfehle Ihnen dies zu tun. Wenn Sie das erste Mal tun, können Sie eine kleine Menge versuchen. Ich habe alle Tomaten gefüllt. Ich sofort die Kante nehmen, wie Sie sehen, und ich beginne meine Paprika zu hacken. Ich benutze Paprika, wie Sie in meinem Rezept sehen können. Sie können die Vielfalt der Paprika verwenden, in denen sie sind. Es ist weniger Kern in meinem Grund, Paprika zu bevorzugen. Ich bevorzuge, alle Kerne in den Kern zu bekommen. Wenn Sie den Kern mögen, können Sie auch den Häckselvorgang direkt durchführen. Aber wenn Sie mich nicht mögen, können Sie den Dolmapfeffer auf diese Weise extrahieren. Sie können auf diese Weise mit der Methode der Extraktion des Dolmapfeffers vorbereiten. Nach Entfernen der Kerne des OK, werde ich den Prozess des Häckselns beginnen. Ich bin sehr froh, wenn Sie eine Information über dieses Thema mit mir im Kommentarbereich teilen, wenn Sie eine Erfahrung haben. Ich bin sehr glücklich, wenn Sie meine lieben Anhänger aus der ganzen Zeit zu kommentaren wie jede Blume, Buck oder Emoji. Ich nehme ein paar Stücke, wie Sie sehen können, nachdem Sie die Paprika genug extrahieren und ich werde alle essen. Ich bestätige normale Mahlzeit. Sie können die Größe nach ihrem Geschmack anpassen. Nachdem ich fein gegessen habe, bestätige ich meine anderen Paprika auf die gleiche Weise. Ich bereite den übrigen Teil der Beine auf die gleiche Weise vor. Ich teile die Tricks von meiner Hand. Ich teile dich. Aber wenn Sie Fragen schreiben, die in Ihren Geist eingefügt werden, werde ich Ihnen so bald wie möglich zurückgegeben. Ich bekomme alle Paprika in einem großen Behälter nach dem Essen. Ich habe alle meine restlichen Paprika mit der gleichen Methode gereinigt, und ich werde mehr essen. Nachdem ich genug gegessen habe, werde ich es jetzt als Braten trennen. Ich werde es als Girls trennen. Ich breche meine Paprika und lege sie an den Rand. Sie sollten essen, wie Sie essen. Ich nehme den Rand, nachdem ich mich so aufgespalten habe. Ich bereite das OK auf die gleiche Weise vor. Sie können absolut die Größe, in der Sie sind. Sie können in kleiner Größe. Sie können auch die Paprika trennen, wenn Sie schwanger sind. Nachdem du es so vorbereitet hast, werde ich sofort sachet. Ich gefüllt alle meine Matis und Paprika. Ich fülle die Tomaten aus meinen Tomaten, um eine Mahlzeit in einem geeigneten Kühlschrankbeutel zu sein. Sie können den Beutelprozess nach der Anzahl der Menschen im Haus oder alle ihre Freude machen. Sie können dies tun. Wie Sie sehen können, fülle ich meine Tomaten auf diese Weise. Wenn Sie diese Methode nicht mögen, können Sie auch die gekonnte Methode versuchen. Auf meiner Seite ist die Dosenmethode verfügbar. Sie können auch Oradan sehen. Wenn Sie das erste Mal tun, wie ich vor ein wenig sagen und Sie sich fragen, zu genießen, können Sie definitiv versuchen, mehrere Tomaten in der Tiefkühltruhe und ein paar Paprika und dann können Sie mehr auf diese Weise. Nach dem Füllen aller Tomaten bekomme ich die Luft mithilfe eines Strohs. Ich stelle meine Tomaten so, dass ich in der runde Fülle, ich bekomme die Luft rein mit allen. Es ist sehr wichtig, die Luft im Inneren zu nehmen. Ansonsten können Sie riechen. Also kümmern wir uns um die gesamte Luft. Tomates tun es durch Essen. Nach der ganzen Luft der Tomaten, Tomaten wieder an den Rand von Äppel. Dies ist, als ob es in runden Tomaten, wie es im Prozess der Füllung von Scheibentomaten, zeigen wir die Tomaten auf eine einheitliche Weise und einfach, wenn wir entfernt haben. Schöne Platzierung für weniger Platzbedeckung. Im Gefrierschrank und Tiefkühler. Lassen Sie uns zeigen, dass dies genug ist, nachdem die Luft auf die gleiche Weise und ich schließe den Mund schön und bereite ihn mit der gleichen Methode in den restlichen Tomaten. Ich bin bereit, Paprika sofort zu füllen, ich werde Paprika essen. Sie können die Menge, die Sie wollen, wenn Sie die Tasche füllen, dann setzen Sie die Dolaba. Es ist sehr einfach, den Rest von Mektar dazu speichern, die Sie wollen, wenn Sie es entfernen. Ich muss nicht eine große Menge auf diese Weise. Platziert werden ich in drei Teile gefüllt. Ich gehe wieder, nachdem ich die ganze Luft in die Tomaten genommen habe. Ich bin wieder geschlossen. Ich kaufte die Luft aus den anderen Paprika, die ich mit der gleichen Methode zubereitete. Pfeffer zu kochen. Nach der Füllung werde ich jetzt die schäumenden Paprika füllen und ich will immer noch. Sie können nach der Anzahl der Menschen im Haus kochen, können Sie sich an das Braten anpassen. Aber Sie können diese Paprika in der Vielzahl von Lebensmitteln verwenden, die Sie wollen, nach der Füllung genug. Ich nehme die Luft wieder und schließe den Mund schön und alle meine Paprika. Ich bin bereit mit der gleichen Methode und wenn. Sie denken, es ist viel Platz im Schrank, Paprika. Nachdem Sie alles vorbereitet haben, was sehr schön ist, können Sie mehr als die Spitze halten. Ich schneide die ankommenden Taschenräume, wie Sie für mehr Platz im Schrank sehen können. Ich schneide auf diese Weise gleichzeitig ist es. Ein schönes Bild, nachdem alle tief geschnitten. Wie ich sehe, werde ich den Gefrierschrank entfernen. Ich habe mein Rezept jedes Jahr vorbereitet. Ich bin zuversichtlich in diesem Rezept, in dem ich mir vertraue, ich sage dieses Rezept mit Frieden des Verstandes. Ich mag dieses Rezept. Mit Ruhe des Geistes, in dem ich mir vertraut, mein Rezept ist sehr froh, wenn Sie die Liebe-Taste wieder drücken. Und Sie können es mit all unseren Freunden teilen, die Sie besoischlho sehen wollen. Sie können in den Konten von Tomaten und Paprika. Auf diese Weise teilen wird das Rezept versuchen. Jetzt alles von meinen nächsten Videos sehen.